So, Kamera ein bisschen anders positioniert. Jetzt sind wir fast gerade zwei Mädels reingefahren. Ich fahre geradeaus und die kommen von links und fahren direkt vor das Auto. Ohne zu schauen. Gott sei Dank haben wir die nicht erwischt. Das waren zwei Schülerinnen, zwei Studentinnen anscheinend, die die Universität abbiegen wollten. So ist das denn? Wie oft man das eigentlich, das ist mir auch schon öfters passiert, die schauen halt einfach nicht. Die haben sich zwar entschuldigt, aber wenn du die dann natürlich flachlegst, das will ja keiner, dass du ein paar Mädels da rumfährst. Wahnsinn. This is why I always afraid when our kids drive with somebody. Naja, okay. Schauen wir mal. Wir sind relativ früh. Um halb neun macht die Immigration auch und ich habe jetzt schon mal, dass wir schon um acht da sind. Lieber ein wenig warten, als wie man weiß ja nie, wie viele Leute da heute hingehen. Und der Verkehr ist fast schon wie vor Corona. Also jede Menge Minibusse und ich bin es gar nicht mehr gewohnt, weil jetzt um die Uhrzeit schon lange nicht mehr unterwegs war. Und das war ja jetzt immer alles sehr entspannend, aber jetzt geht es wieder los. Also Verkehr ist wie vorher schon, also ich merke kaum noch einen Unterschied, also wenn es dann noch schlimmer wird. Ja, ja, ja. Naja. 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 Musik Die sind jetzt auch schon wieder weg Oder umgeräumt zumindest Ich habe gerade mein Facebook auf Und wie man sieht, da haben sie wieder irgendwie Blablabla Und da gehst du hier drauf Dann stehen hier Die Produkte Also was alles dazu gehört zu Facebook Also WhatsApp and Quest from Meta, das ist ja die neue Firma Facebook Messenger Instagram As well as WhatsApp Gehört also alles einem Und das geile ist jetzt wirklich Ja, wenn du jetzt da Managed Data Settings Was kommt da? Ja, also im Prinzip Ist es ja auch schon wieder so lang Dass du ja da gar keine Lust hast Ja Und hier, da steht ja wieder dasselbe Und Kommen da was die Kleinen Okay, jetzt schalten wir es aus Also man hat ja Ja, you're all set Okay, jetzt geht es weiter Also du musst praktisch was angeben Sonst Geht es halt nicht mehr weiter Gut So, nach unserem Immigration-Abenteuer gerade Wo wieder wieder so was gefedert An Papieren Ich wurde schon leicht gereizt Lief ich dann raus Und hier Jetzt essen wir schön wieder Gaumann-Gei Lecker hier Da komme ich auch schon Jahre her Immer wieder gut So, jetzt holen wir noch ein paar Kartoffeln Weil die haben wir Sind ziemlich aus Die Woche Mangosteen gibt es auch Und sie sind auch Mangosteen sind jetzt in der Saison Kokonat wie her? Gibt die da Bitte abonniert unseren YouTube-Kanal Danke Super Give me five Yeah